Ich auf der Suche nach Drehorten und für Episode 5 habe ich einen gefunden und neben mir sitzt jetzt der stolze Inhaber dieses Hauses, Josef Wischitz. Recht herzlichen Dank, dass wir bei euch drehen dürfen. Trotzdem muss ich jetzt fragen, bekannterweise das berühmte Zitat, ein Filmteam im Haus und alles ist aus, Stand von meiner Mutter, also mit 14, das hat dich dazu bewogen uns reinzulassen und daheim zu verwüsten. Naja, einerseits unsere langjährige Freistaat, glaube ich, und ja, warum nicht, wenn es passend ist, vom Set her. Es passt super, also man wird es dann im Film noch sehen. ...